Musik Hallo liebe Igelchen, heute singen wir ein Lied oder ich sing für euch ein Lied, das ich sonst gar nicht so gerne singe, aber heute ist der beste Tag für genau dieses Lied. Wir sind nämlich eine lustige Gruppe. Wir sind eine lustige Gruppe, wir sind eine lustige Gruppe, wir machen gern Musik und alle Kinder machen mit. Die Mila, die spielt die Flöte und die Anna, die kann Trompeten. Der Winzi, der pfeift da zu und der Pauli, der hält sich die Ohren zu, also wirklich. Wir sind eine lustige Gruppe, wir sind eine lustige Gruppe, Wir machen gern Musik und alle Kinder machen mit. Die Sine, die spielt das Saxophon und die Nea, die klebt am Telefon. Die Nele, die hat einen Floh und die Johanna, die fragt Nele, wo? Wir sind eine lustige Gruppe, wir sind eine lustige Gruppe, wir machen gern Musik und alle Kinder essen mit. Der Daniela isst Würstchen mit Stäbchen und der Sebastian, der wär gern ein Häschen. Der Emin, der pupst am Klo, ui, 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 ui. Und die Helene, die sagt ganz laut, oh. Wir sind eine lustige Gruppe, wir sind eine lustige Gruppe, wir machen gern Musik und alle Kinder machen mit. Der Johannes schlürft Cola durch die Nase, ei, ei, ei. Und der Leonhard macht eine Kaugummi-Blase. Der Felix isst Pommes frites mit Marmelade. Und der Dennis sagt, also und diese Pommes frites ist echt schade. Wir sind eine lustige Gruppe, wir sind eine lustige Gruppe, wir machen gern Musik und alle Kinder machen mit. Und der Michael, der ruft laut, aua. Und der Franzi, der schaut heute sauer. Der Benjamin, der wackelt mit dem Po. Und der Lasse, der sagt, wieso? Wir sind eine lustige Gruppe, wir sind eine lustige Gruppe, wir machen gern Musik und alle Kinder machen mit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020